Es ist Tonstille. Warum? Das weiß niemand. Bääääää! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und, ähm, ja, wir haben ja letztens aufgehört. Wir sind hier, ja, so, ja, nicht auf dem Weg zum Ziel, aber ich freue mich schon darauf, auf den Weg zum Ziel, wenn wir da den letzten Stein setzen. Das wird lustig. Das wird sowas von geil. Das wird echt wie ein Orgasmus. Auf jeden Fall. Und, ähm, nein, wir, ja, sind dabei, die Rückwand zu bauen des Gebäudes. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, das, und, das ist ja noch nicht alles. Wir müssen ja hier drin ja noch weiterbauen. Ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal die Rückwand. Ähm, was hatte ich denn gesagt? War das jetzt 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Stück. So, die werde ich jetzt erstmal ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt kommt wieder der Fuß. So. 2, 3, 4, 5. Ich werde jetzt erstmal so grob, damit ich ungefähr weiß, wo was hinkommt. Werde ich jetzt erstmal nur die Wände ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nur nicht verbauen jetzt. Dann wäre es peinlich. Jetzt verbauen wäre peinlich. Ja. 4, 5. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Die Tiere, die wundern sich auch. Ey, was ist denn hier los? Wir werden natürlich auch einen Garten hinten bauen. Das ist gar keine Frage. Das kommt alles noch. Oh mein Gott, noch so weit. So weit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Määh. Du musst jetzt da lang laufen, ne? Du dämliches Schaf. 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 Gesterben. 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 Geh doch sterben, du Scheißschaf. So. Aggressionen abgebaut. Meine Güte. So. Ähm. 2, 3, 4, 5. Mhm. Määh. Määh. Hehehe. Hehehe. He. Ähm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dürfen uns natürlich nicht verplanen, jetzt was die schräge Wand angeht. Ich hoffe, das passt alles. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich hoffe, wir haben uns nicht vertan. Das wäre echt peinlich. Hoch. So. 2, 3, 4, und 5. Die schräge müsste nämlich jetzt gleich eigentlich schon hier kommen. Das ist, ähm... Das sieht so geil aus, irgendwie schon aus der Ferne, Alice. Ich weiß gar nicht, wie sieht's denn von vorne aus? Wir können doch mal kurz gucken. So. Ist toll irgendwie schon geworden, muss ich echt sagen. Also... Und das ist ja noch nicht alles, und das ist ja noch nicht fertig. Das ist ja noch... Da ist ja noch viel Grün drin, und... Da passiert doch noch einiges. Das Dach kommt noch und so. Ne? So. Bauen wir jetzt erstmal die schräge. Dann haben wir die schräge Wand, dann haben wir die erstmal soweit fertig. Huch. Das war falsch. So. Ähm. Ja. Müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, der muss bis... Hier, glaube ich, geht der, ne? Ich glaube schon. Uah. Falsch. Tiefer. Tiefer. Fester. Härter. Ah. So. Ähm. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ja. Ähm. Was wollte ich denn sagen? Was wollte ich erzählen? Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass... Ähm. Keine Ahnung. I don't know. Ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich erzählen. Ja. Ähm. Also das mit Minecraft bin ich echt... Also freut mich, dass ihr da, wie gesagt, so Freude dran habt, ähm, das zu gucken. Ich hatte, ähm, wie ich eine längere Aufnahmepause hatte, hab ich sofort E-Mails bekommen nach zwei bis drei Tagen, warum keine Folgen mehr kommen. Das ist lustig. Da haben schon viele dann sofort gesagt, ey, wann geht's weiter mit Minecraft? Ey, super und so. Tolles Let's Play. Freut mich, wie gesagt, sowas zu hören. Also sowas höre ich immer wieder gerne, falls ihr da Interesse an anderen Let's Play, an anderen Spielen habt. Wie gesagt, ähm, dann... Das freut mich natürlich. Wie gesagt, ich hab ein neues Let's Play in Planung. Kommt die erste Folge auch. Weiß nicht. Ich glaub, wenn das raus ist, ist die erste Folge draußen. Könnt ihr mal schreiben, ob euch das gefallen hat oder auch nicht. So. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und, äh, genau, alles Weitere erfahrt ihr dann sowieso auch da im... in diesem Video. So, ähm, ja, dann schauen wir doch mal. Erstmal weg hier. Zwei. Uch. Nein. Äh, Moment. Das ist doch schon falsch. Das ist doch schon vollkommen falsch. Weil der muss nämlich hier hin. Also die Wand schon mal kleiner. Die Wand ist wesentlich kleiner. Wenn ich das richtig sehe. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt müsste es mit hinten nämlich passen, genau. So, also kommt der schon mal wieder rein, hier der Stein. Ähm, so, da muss... Da, da und da, genau. Sehr schön. Ich weiß, die hintere Wand, die, ähm, wird kleiner werden als wie die anderen. Das macht aber, glaube ich, das fällt, glaube ich, so, glaube ich, fällt das, glaube ich, dann gar nicht auf. Also zumindest hoffe ich mal, dass es nicht so auffällt. So, und natürlich kommen ja auch wieder die Glowstones, die Glowstones, kommen... Die Glowstones kommen ja auch wieder drauf. Wunderbar. Mein Amtherrn, am Piano. Udo Jürgens. So, warum ich mal auf Udo Jürgens komme, weiß ich nicht. Ich bin kein heimlicher Fan eigentlich, was jetzt viele denken. Hm, der ist bestimmt ein heimlicher Fan. Der hat bestimmt alle Schallplatten zu Hause. Alle, alle, wie sie da sind. Natürlich nichts. So, wie hoch müssen wir das denn bauen? Das ist, glaube ich, schon die richtige Höhe, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Der erzählt das jetzt nur, aber der ist heimlicher Fan von Udo Jürgens. Der hat alles zu Hause. Alles. Ob das Schallplatten sind? Ja, genau. Ich habe alles hier zu Hause liegen. Noch Langspielplatten. Ich weiß gar nicht, kennt noch einige von euch noch Langspielplatten? Langspielplatten waren diese Dinger, ja, die man so auf dem Plattenspieler legen konnte. Ja, so mit Nadel und sowas alles. Kennen viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm. Und das hat immer so gekratzt, wenn man die aufgelegt hat. Kann man hier eigentlich auch ein gutes Fenster reinbauen? Schauen wir mal. Werden wir uns das mal anschauen, ob wir hier auch so ein Fensterchen machen. Ich glaube ja. Ich glaube, wir werden hier auch mal ein Fenster reinbauen. Ein eckiges Fenster. So. Ähm. Ja. Wollen wir natürlich erst mal gucken, wie wir das bauen. Das sieht lustig aus. Huch, das war falsch. Ähm. Ja. Ja. So. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Jetzt darf ich nur nicht die falschen Steine wegnehmen, weil dann wäre es peinlich. Ich glaube, das ist immer... Äh. Da geht's schon los. Ich glaube, das ist immer der Äußere, der nach rechts zeigt. Ja, ich glaube ja. So. Dann wollen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das Fenster hier machen. Wie wir das... Wie wir das hier... Wie wir das hinbekommen. Ähm. Mein Gott. So. Dann würde ich sagen, hier. 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 Dann hier. 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 Genau. Sehr schön. So. Ähm. Ja. Nein. Ja. Nein. Doch. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen das auf der anderen Seite genauso wieder hin. Ja, doch. Das sieht doch... Das sieht doch nach ein bisschen was aus. Es ist aber noch nicht mir... Noch nicht... Äh. Noch nicht genau genug. Das ist immer noch zu unsynchron alles. Ähm. Oder wir machen das ganz einfach. Wir machen einfach hier einen Doppelten hin. Weil das anders, glaube ich, nicht geht. Genau. Machen wir einfach so. Sehr schön. Das sieht doch... Das sieht doch supi aus. Das gefällt mir. Das können wir... Das können wir so lassen. Auf jeden Fall. Weil... Ich sag mal, im Prinzip ist es ja so... Das ist ja eine Etage. Das ist ja so wie unten. Unten wird ja auch noch eine Etage hinkommen. Und, äh... Da werden wir... Da werde ich auf jeden Fall auch noch Fenster reinkloppen. Genau wie da oben. Ja. Das sind nicht alle Fenster. Und das... Das wird auch nicht so zu bleiben alles. Also, ihr dürft euch jetzt nicht wundern. Das sind alles jetzt noch Platzhalter. Genau wie hier diese Wände. Das sind alles noch Platzhalter. Die ich jetzt erstmal noch so grob baue. Das kann man im Nachhinein immer noch reinbauen. Und, ähm... Jetzt werden wir erstmal schauen, dass wir hier... Ja... Erstmal... Auch wieder dieses, ähm... Diese, diese, diese... Diese Fensterfront bauen. Weiß nicht. Wie hoch? Wie hoch? Richtig hoch? Falsch hoch? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Werden wir ja sehen. Wenn's, wenn's zu hoch ist, können wir's ja immer noch abreißen. Die oberen. Zwei, drei. Bäh. Falsch. Boah, hat mich das geärgert mit diesen Silberfischsteinen. Was soll denn das am Anfang? Könnt ihr euch noch entsinnen? Ach nee, das habt ihr ja gar nicht mitbekommen. Das war ja nur in der, in der Testaufnahme war das gewesen. Boah, hat mich das aufgeregt. Silberfischsteinen. Auf einmal war die halbe, die halbe Front war weg gewesen. Das war ärgerlich. So, ähm... Ja. Achso, genau. Jetzt kommt der... So, und so. Jetzt, äh... Das Richtige? Ich glaube ja. Ich hoffe. Ich hoffe, den Richtigen immer wegnehmen zu dürfen, zu können. Ja, ist richtig. So, wie haben wir das denn gemacht? Haben wir dann nochmal... Boah, muss ich nochmal eben schauen, da hinten. Ich kann mich nicht entsinnen. Weil es soll ja doch synchron sein. Synchron-Swimmen. Okay, da haben wir einen Bogen drum gemacht. Alles klar. So, also kommt der ja auch nochmal hin. Zack, zack, zack. Sehr schön. Und dann kommt der hier drauf. Hoch. Ähm. So, 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 so. Nein, falsch. So, so, so. Ich glaube, so war das, ne, oder? Und dann hatten wir... Ich glaube, hier zwei zusammen, ne. Wie war das denn jetzt nochmal? Moment, jetzt bin ich ganz... Ganz aus dem Konzept raus. Ich glaube, so war das, ne? Ich glaube, so war das, ne? Oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, so hatten wir es gebaut. Ja. Ja. Äh, richtig. Äh. Alter, voll geil. Äh, boah, äh. Äh, voll krass, äh. So, dann, ähm... Sieht ja auch sehr merkwürdig aus hier, ne? Wie so Druckplatten. So, so Strom. So verbunden, so mit Strom. Hm. Das gefällt mir da unten nicht mit den Löchern. Mal eben zumachen. Nicht, dass mir da noch vielleicht... Schweine reinfallen. Oder... Sterben. Gesterben. Oder, ähm... Gesterben. Gesterben. Oder vielleicht Kühe oder so. So. Mein Gott, diese tolle Musik immer wieder. Und wir schweben davon. Und ich möchte mich mit diesem tollen Bild... Wow. Mit diesem tollen Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Und, ähm... Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Let's play Minecraft. Und, ähm... Ja, ich hoffe, ihr seid dann immer noch... Mit von der Partie. Bei dem schönen Häuslebau hier. Auf meinem Channel. Und, ähm... Ja, schaltet dann auch wieder ein. Also, macht's gut. Tschüss.